Man hat nie zu viele Informationen. Und weil das so ist, habe ich heute einen Zydea-Tweak, der euch mit Informationen versorgt, und zwar mit Informationen über euer iDevice. Und damit willkommen hier bei MiAppleCat. Der Tweak nennt sich iBatteryInfo und ist kostenlos erhältlich in der BigBoss Repo. Nach der Installation gehen wir kurz mal in die Settings, dann zeige ich euch, was ihr noch einstellen könnt. Und anschließend werde ich euch die Funktion einmal genau zeigen. Also wir haben hier iBatteryInfo, dort könnt ihr natürlich das Ganze ein- und ausschalten. Und dann habt ihr hinten noch zwei Toggles, mit denen ihr auswählen könnt, wann die Informationen angezeigt werden. Entweder nur beim Anschließen an den Strom oder auch beim Abstöpseln vom Strom. Das könnt ihr euch dann frei aussuchen. Und die Funktion ist nun folgende. Wenn ich jetzt mein iDevice zum Laden auflege bzw. anstecke, bekomme ich diverse Informationen angezeigt. Zum Beispiel über die maximale Batteriekapazität, über die Ladezyklen, die Seriennummer, mit wie viel Watt geladen wird und wie hoch der Output ist des Ladegerätes. Was bei mir jetzt nicht korrekt angezeigt wird, ist die Ladezyklen. Denn ich habe natürlich mehr als null. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Eventuell daran, dass ich hier das kabellose Laden verwende. Das kann ich euch nicht genau sagen. Aber was ihr schon sehen könnt, dass das Ganze funktioniert. Und dass es doch eine ziemlich interessante Sache ist. Also für all jene, die gerne alles im Blick haben und auch gerne wissen, was mit der Hardware so los ist und wie sie geladen wird und wie oft sie schon geladen wurde und so weiter, ist das hier eine ganz interessante Sache. Und das wäre es schon gewesen, Leute. Das war mein kurzer Bericht über iBattery Info. Ich hoffe, euch hat es gefallen und dann bis zum nächsten Mal hier bei MiAppleCat. Tschüss. Okay, Leute. Ihr wisst, wie es läuft. Schaut mir jetzt ganz tief in die Augen. Ihr wollt alles wissen über Apple iPhone, iPad und Co. Die besten Jailbreak Tweaks, nützliche Tipps, Technikspiele und noch mehr. Dann geht jetzt zu YouTube und abonniert MiAppleCat. Die Katze hat gesprochen. MiAppleCat, nur bei YouTube. Viel Spaß dabei. Rau.